Kurzer Erfahrungsbericht, wie das im Oktober in Polkowice mit dem Busfahren abläuft. Und zwar sitzt der Busfahrer vorne drin und hat sichtlich keine Maske auf. Er hat ein kleines Band, wo praktisch sein Bereich abgesperrt ist. Ansonsten gibt es keinerlei Aufkleber an den Türen, Ein- oder Ausgängen. Es sind auch keine Sitze abgesperrt, wo man sich nicht hinsetzen darf. Und ja, es macht den Eindruck, als wäre alles wie vor zwei oder drei Jahren. Man setzt sich einfach auf seinen Platz. Natürlich lässt man die ältere Dame oder den älteren Herren auf den Sitzplatz, wenn dieser frei ist. Das machen auch schon die Jungen hier in Polen, die Jugendlichen. Und ja, dann fährt man kostenlos durch die Gegend. Also wie gesagt, keine Einschränkungen. Und da haben jetzt 100 Prozent von den Mitreisenden keine Maske aufgehabt. Und es fühlte sich auch keiner irgendwie ängstlich, beziehungsweise keiner hatte Berührungsängste. So wie gesagt, keine Einschränkungen.